Normale USB 3.0 Anschluss, entweder ladbar über USB 3.0 oder über DC-In und intern 300 Mbit WLAN. Er arbeitet entweder als Access-Point alleinstehend für bis zu 5 Geräte, Tablets, Smartphones, Laptops, kann aber auch den Repeater-Modus. Du kannst das Ding auch in ein bestehendes WLAN konfigurieren und Zugang haben, kostet im Straßenpreis 150, 160 Euro. Heißt Mini Station R HDW-P500 U3.